Der DFL-Liga-Pokal war ein von 1997 bis 2007 bestehender Fußballwettbewerb in Deutschland, der als gut einwöchiges Miniturnier vor Beginn der Bundesliga-Saison im Zeitraum von Mitte Juli bis Anfang August ausgetragen wurde. Obwohl es sich um den drittwichtigsten Titel im nationalen Vereinsfußball nach dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft und des DFB-Pokals handelte, war die sportliche Bedeutung des Wettbewerbs gering. Finanziell war die seit 2005 nach seinem Titelsponsor Premiere offiziell Premiere-Liga-Pokal genannte und mit einem Preisgeld von insgesamt 5,2 Millionen Euro dotierte Veranstaltung für die teilnehmenden Vereine jedoch recht attraktiv. Einen ehemaligen Liga-Pokal-Wettbewerb gab es bereits in der Saison 1972-73. Sieger dieses einmalig zur Überbrückung der verlängerten Sommerpause aufgrund der Olympischen Spiele in München ausgetragenen In der Saison 1972-73 wurde erstmals ein Liga-Pokal-Wettbewerb ausgetragen. Mit dem damals stattfindenden Turnier sollte die aufgrund der Olympischen Spiele von München bis Mitte September verlängerte Sommerpause überbrückt werden. Die 32 am Wettbewerb teilnehmenden Mannschaften wurden in acht regionale Vorrundengruppen aufgeteilt, die in einer während der Sommerpause stattfindenden Hin- und Rückrunde ihren jeweiligen Sieger ausspielten, welcher sich für das Viertelfinale qualifizierte. Nachdem sich der spätere Liga-Pokal-Sieger Hamburger SV während der im Laufe der restlichen Saison stattfindenden Viertel- und Halbfinalbegegnungen zunächst gegen Eintracht Braunschweig und dann gegen den FC Schalke 04 durchsetzte, besiegte er im Finale am 6. Juni 1973 Borussia Mönchengladbach mit 4 zu 0. Vorgänger des heutigen Liga-Pokals waren der DFB-Supercup, welcher von 1987 an unmittelbar vor Saisonbeginn zwischen dem deutschen Meister und dem DFB-Pokalsieger ausgespielt wurde, sowie der ab 1986 als inoffizielles Vorbereitungsturnier während der Sommerpause in kleineren Städten der Fußballprovinz stattfindende Fuji Cup. Da der Fuji Cup im Laufe der Zeit in eine Dimension vorstieß, die der offizielle Supercup des DFB noch nicht erreicht hatte, wurde vom DFB zunächst eine Klausel eingeführt, die festlegte, dass Pokalsieger und Meister nicht gleichzeitig zum Fuji Cup-Turnier eingeladen werden, um so ein vorzeitiges Supercup-Spiel zu vermeiden. Zur Saison 1997-1998 wurden die beiden Wettbewerbe schließlich durch den neu geschaffenen DFB-Liga-Pokal ersetzt. Das erste Turnier begann gleich mit einer Überraschung, als der Karlsruher SC in der Vorrunde den Favoriten Bayern 04 Leverkusen mit 2 zu 2 nach 90 Minuten und 6 zu 5 im Elfmeterschießen besiegte. Im Halbfinale scheiterte der KSC dann allerdings am Pokalsieger VfB Stuttgart. Das zweite Halbfinale entschied Meister FC Bayern München mit 2 zu 0 gegen Borussia Dortmund für sich, so dass das erste Finale des Liga-Pokals VfB Stuttgart gegen Bayern München lautete. In der Louis-Werkus-Ener-Bay-Arena sahen die Zuschauer ein abwechslungsreiches Finale, in dem der kurz zuvor von Stuttgart nach München gewechselte Giovane Elber einen Treffer gegen seinen Ex-Klub beisteuerte und somit dem Rekordmeister durch den 2 zu 0 Sieg im Finale den ersten Saisontitel und den ersten Liga-Pokal-Titel überhaupt sicherte. Nachdem Bayern München in den drei darauf folgenden Jahren den Wettbewerb ebenfalls für sich entschied, verhinderte Hertha BSC 2001 den fünften Liga-Pokal-Erfolg der Bayern. Als man den Titelverteidiger und frisch gebackenen Champions-League-Sieger im Halbfinale mit 1 zu 0 besiegte und damit für die erste Niederlage der Münchner im Liga-Pokal-Wettbewerb überhaupt sorgte, Hertha BSC gewann schließlich auch das Endspiel gegen Pokalsieger FC Schalke 04 mit 4 zu 1 und sicherte sich damit seinen ersten Titel seit 1931. Auch 2002 lautete die Finalpaarung Hertha BSC gegen Schalke 04 und erneut setzten sich die Berliner mit 4 zu 1 durch und verteidigten den Titel. Im Herbst 2007 kündigte DFL-Präsident Reinhard Raubal an, den Wettbewerb vor allem aus Termingründen ab Sommer 2008 nicht mehr auszutragen. 2008 beschlossen die Vereinsvorstände von Bayern München und Borussia Dortmund anstelle des Liga-Pokals den Supercup wieder zu beleben. Der Antrag auf die Ausrichtung dieses Spieles wurde allerdings von der DFL abgelehnt. Deshalb fand der Supercup 2008 nur im inoffiziellen Rahmen als T-Holmes Supercup statt Dortmund gewann 2 zu 1. Auch 2009 fand der Liga-Pokal nicht statt, da die DFL vor einer Reform des Liga-Pokals erst eine eventuelle Aufstockung der 1. und 2. Bundesliga abklären wollte. Nach Vereinbarung zwischen Meister VfL Wolfsburg und Pokalsieger Werder Bremen wurde deshalb wieder der Supercup in einer Partie in der Wolfsburger Volkswagen Arena um den Volkswagen Supercup ausgetragen. Bremen gewann mit 2 zu 1. Seit 2010 wird der DFL Supercup auch wieder offiziell ausgetragen. Ebenfalls 2009 wurde vor dem Saisonstart erstmals der Telekom Cup. Ein inoffizielles Einladungsturnier wird vier Mannschaften unter Sponsoring der Deutschen Telekom ausgetragen, der seitdem jährlich stattfindet. Im Unterschied zum Liga-Pokal entscheidet hier nur teilweise die Platzierung in der abgelaufenen Bundesliga-Saison über die Teilnahme und auch die Spielzeit beträgt nur jeweils zweimal 30 Minuten bzw. einmal 45 Minuten. Trotzdem werden die Turniere in den Medien häufig als Liga-Pokal bezeichnet. Modus Am Liga-Pokal nahmen der Deutsche Meister, der Wiesemeister. Die nächstfolgenden drei bestplatzierten Vereine der Abschlusstabelle der Bundesliga der vorangegangenen Spielzeit sowie der DFB-Vereins-Pokalsieger. Teil Befand sich der Pokalsieger unter den ersten fünf der Abschlusstabelle, nahm auch der sechste Teil. Mannschaften, die im UICAP antraten, durften in den letzten Jahren auch am Liga-Pokal teilnehmen. 2007 nahm der Meister der 2. Bundesliga am Premiere-Liga-Pokal teil. Dadurch fiel der Platz für den fünften der ersten Liga weg. Gespielt wurde im K.O.-System mit zwei Vorrundenspielen, zwei Halbfinalspielen und einem Endspiel. Meister und Pokalsieger griffen erst im Halbfinale ein. War der DFB-Pokalsieger auch Meister, rückte an dessen Stelle der Verlierer des Pokalfinales. Im Falle des Gleichstands nach Ablauf der regulären Spielzeit kam es zum sofortigen Elfmeterschießen. Im Frühjahr 2007 wurden von Seiten der deutschen Fußball-Liga-Überlegungen zur Änderung des Spielmodus sowie des Austragungszeitpunktes angestellt. Wodurch der Liga-Pokal in stärkere Konkurrenz zum DFB-Pokal treten würde, diese wurden jedoch nicht mehr umgesetzt. Die Endspiele im Überblick Ranglistenrekorde Austragungssorte Austragungssorte waren früher zumeist Städte mit traditionsreichen Fußballvereinen, die aber nur noch in der dritten Liga oder tiefer spielten. Das Endspiel wurde bisher meist in einem Zweitliga- oder kleinerem Erstliga-Stadion ausgetragen. Von 2005 an fanden jeweils die beiden Vorrundenspiele in der Düsseldorfer LTU Arena. Die beiden Halbfinalspiele in den jeweiligen Heimstadien des deutschen Meisters bzw. Pokalsiegers und das Finale im Leipziger. Zentralstadion statt Trophäe Der Sieger des Wettbewerbs bekam im Anschluss an das Finale auch als Siegertrophäe den Liga-Pokal überreicht. Die mit Wiedereinführung des Wettbewerbs 1997 durch das Schmuckatelier Tom Munsteiner in Stipshausen im Hunsrück geschaffene Trophäe ist als Sechseck angelegt, welches in stilisierter Form die Unterteilung eines Fußballs darstellt. Die sich in der Mitte des 10-Kilogramm-schweren Pokals befindenden sechs brasilianischen Bergkristalle symbolisieren die sechs Mannschaften, die den Wettbewerb untereinander ausspielen. Auf dem äußeren um die Bergkristalle herumgruppierten Rand befinden sich die Namen und Vereinswappen der siegreichen Mannschaften, sowie das Logo der Fußball-Bundesliga. Kritik Nachdem zu den Vorrundenspielen 2006 nur 23.195 und zu den Halbfinalspielen nur 27.650 bzw. 40.000 Zuschauer den Weg in die Stadien fanden, kritisierte Karl-Heinz Rummenigge das geringe Zuschauinteresse am Liga-Pokal. Rummenigge schlug auch eine Verlegung des Liga-Pokals nach Asien vor. Um den FC Bayern München und die gesamte Bundesliga dort besser vermarkten zu können. Pläne zu einer Ausweitung des Liga-Pokals ab der Saison 2008 auf 16 Vereine und eine Spieldauer, die die gesamte Sommerpause umfasst, stießen beim DFB und bei den Zweitliga-Vereinen auf Kritik. Der DFB befürchtete eine Entwertung des DFB-Pokals, während die Zweitliga-Klubs eine Ausweitung auf alle Profi-Vereine forderten. Untertitelung des Liga-Pokals